Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ja, liebe Uwe Kierkeritz, das war leider ein bisschen einseitig grün. Beim Hemd macht man das ja noch akzeptieren, aber bei den Inhalten sollte man etwas ausgeglichener sein. Ich will versuchen, das bei dieser Thematik zu erreichen. Völlig richtig, Palmöl ist überall. Wir haben es in Nahrungsmitteln, wir haben es in Hautcreme, wir haben es in Seife, Sonnenmilch, wir haben es in Lippenstiften, es ist zudem in Schmiermitteln, bei Kerzen, in Farben und Lacken enthalten. Fünf Prozent der Palmölernte werden weltweit als Rohstoff für die Strom- und Wärmeproduktion genutzt, und zwar als Biokraftstoff. Auf der anderen Seite ist der Rohstoff Lebens- und Einkommensgrundlage für viele Tausend Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Aber der Segen für viele Kleinbauern ist oft ein Fluch für Umwelt und Gesundheit. Das muss man eben auch sehen und sagen. Während im letzten Jahr die Wälder, es ist gesagt worden, in Indonesien brannten, konnten die Menschen in vielen Teilen Südostasiens bis Singapur hin in die großen Städte nur mit Mundschutz auf die Straße gehen. Und das darf sich nicht wiederholen. Meine Damen und Herren, der Hauptmarkt für Palmöl ist nicht in Europa, das müssen wir auch sagen. Die EU kommt mit circa zehn Prozent erst an vierter Stelle. Es sind Indien, Indonesien und China. In Deutschland wird circa zwei Prozent der Weltproduktion von Palmöl verbraucht. China, Indien und Indonesien nutzen bereits 40 Prozent der weltweiten Produktion. Auch aus den Keimen der Palmölfrüchte wird Öl hergestellt, das sogenannte Palmkernöl. Hier liegt der deutsche Anteil am Verbrauch höher. Wir verbrauchen circa 80, acht Prozent der weltweit gehandelten Menge. Meine Damen und Herren, die Missstände bei der Produktion von Palmöl sind Fachleuten bekannt. Durch die verhängenden Wald- und Torfbrände in Indonesien wurden die negativen Begleiterscheinungen bei der Gewinnung des Rohstoffes auch weltweit der breiten Öffentlichkeit bewusst. Wie besorgniserregend diese Waldbrände waren, macht sich darin zeigen, dass die amerikanische Weltraumbehörde NASA sie als die bisher schlimmsten Waldbrände überhaupt bezeichnet hat. Vielfach werden die Feuer absichtlich gelegt, um mit dem Mittel der illegalen Brandrodung tropenweit zu beseitigen und anschließend auf den Flächen Palmplantagen anzulegen. Der Blick richtet sich in diesem Zusammenhang einerseits auf die Anbaugebiete. Dort werden oft durch Brandrodung neue Anbauflächen geschaffen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Damit gehen aber der Verlust von wertvollen Primärwäldern, von Biodiversität und die Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre, das geht einher, läuft parallel. Andererseits, und das ist sozusagen die andere Seite, muss sich der Blick auf unsere Verhaltensmuster richten. Es liegt in der Hand des Verbrauchers, die Herstellung von nachhaltigem Palmöl einzufordern. Er kann zertifizierte Produkte kaufen oder eben nicht. Eine EU-Verordnung dazu ist bereits in Kraft getreten, die vorschreibt, Palmöl namentlich in den Zutaten aufzuführen. Das ermöglicht Verbrauchern, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Das ist ja die Situation. Als Entwicklungspolitiker bin ich an einer nachhaltigen, eindeutigen Entwicklung im Bereich des Palmölanbaus interessiert. Nicht nur interessiert, sondern ich setze mich auch dafür ein. Dabei dürfen auch Widersprüche nicht aus den Augen verloren werden. Auf der einen Seite fordern wir einen nachhaltigen Anbau von Palmöl bei unseren Entwicklungspartnern. Andererseits mischen wir Pflanzenöle in sogenannte Biotreibstoffe und subventionieren diese Treibstoffe wiederum. Die vermeintlichen Vorteile entlarven sich schnell als Trugschluss. Pflanzen, aus denen Biosprit gewonnen wird, müssen in den Boden gebracht, gedüngt, geerntet und verarbeitet werden. Es entstehen weit verteilte Standorte. Die fertigen Produkte müssen transportiert und gelagert werden. Deshalb gehört Palmöl nicht in den Tank. Dennoch möchte ich hier festhalten, nicht das Palmöl an sich ist das Problem, sondern die Anbaumethoden und die Verwendung. Deshalb ist eine Förderung von nachhaltigem Palmöl von zentraler, entwicklungspolitischer und auch klimapolitischer Bedeutung und gesundheitspolitischer Bedeutung. Meine Damen und Herren, vor kurzem konnte ich bei einer Reise nach Indonesien einen Blick auf die Situation der Palmölplantagen vor Ort machen. Ich erhielt den Eindruck, dass sich auch bei unseren Partnern ein Umdenken eingesetzt hat. Die indonesische Regierung hat zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zuletzt setzt die Regierung auf eine verstärkte Brandprävention und bessere abgestimmte Brandlöschung. Das Abholzverbot wurde vom Präsidenten erneut verlängert. Das Forstministerium hat ein webbasiertes Frühwarnsystem eingeführt und nutzt die Daten der NASA. Das indonesische Waldbrandüberwachungssystem ist übrigens in Echtzeit von jedem Smartphone erreichbar. Es finden regelmäßige Aufklärungsflüge statt. Regionale Waldbrandbüros wurden eingerichtet und Löschkanäle angelegt. Darüber hinaus investiert Indonesien in die Nachhaltigkeit des Palmöls. Die Notwendigkeit hierzu hat man erkannt und strebt in diesem Zusammenhang auch eine engere Zusammenarbeit mit den Importstaaten des Produktes an. Mit der Anerkennung und Verantwortung von Palmöl in den Produktionsländern sehe ich einen zielführenden Ansatz. Die Umsetzung nationaler Gesetze und die Überwachung von Anbauverboten obliegen den jeweiligen Staaten. EU-Verordnungen und Siegel können vor Ort nicht die Verantwortung ersetzen, die notwendig ist, sondern sie können eben nur einen Rahmen geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, lieber Uwe Kekeritz gestatte, mir einige Anmerkungen zu eurem Antrag. Erstens. Die Forderung nach verbindlicher Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards ist ein wichtiges Anliegen der Koalition. Die Kritik an bestehenden Referenzsystemen wie dem vom WWF initiierten Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl ist zum Teil berechtigt. Meines Wissens setzt sich die Bundesregierung deshalb eben auch dafür ein, die bestehenden anerkannten Standardsysteme weiterzuentwickeln und zu verbessern. Zweitens. Die Forderung nach Reduktion des Palmölverbrauchs lässt außer Acht, dass Palmöl in großen Teilen von Kleinbauern produziert wird und eben deren Existenzgrundlage bildet. Die Reduktion von Palmöl würde auch zwangsläufig zu einem größeren Bedarf an Flächen für andere Rohstoffe führen, solange keine adäquate Alternative zur Verfügung steht. Drittens. Die Produktion von Palmöl spielt eine gewichtige Rolle als auch Devisenbringer für Entwicklung und Schwellenländer. So macht die Produktion zusammen mit der Fischerei und der Forstwirtschaft immerhin 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Indonesiens aus. Viertens. Die Forderung zur Ratifizierung und Erarbeitung von ILO- und UN-Konventionen, also arbeitsrechtliche Fragen. Die Ratifizierung der ILO-Konvention 169 über indigene Völker und das Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt unterliegen derzeit der formalen Prüfung. Es besteht also hier nicht im Moment Handlungsbedarf, sondern es wird schon gehandelt. Fünftens. Die Forderung zur Nutzung bilateraler Regierungsverhandlungen mit Palmöl produzierenden Ländern, um die Rechte der indigenen Minderheiten einzufordern, erweist sich in der Praxis tatsächlich als schwierig und fordert eben auch eine Abwägung. Am Beispiel Indonesiens lässt sich zeigen, dass Brandprodukt zwar unter Strafe steht und mit Geldstrafen belegt wird, doch gerade bei indigenen Völkern gehört diese Landgewinnung auch zur Tradition. So lässt sich nicht immer zwischen Brauchtum und illegaler Absicht unterscheiden, zumal dann, wenn lediglich ein Funke eben ausreicht, um die trockenen Torfböden in Brand zu setzen. Meine Damen und Herren, es zeigt sich, dass die Bundesregierung bei zahlreichen Maßnahmen auf diesem Gebiet veranlasst hat. Halten wir fest, Alternativen zum Palmöl müssen auf lange Sicht gefunden werden. Wenn der Bedarf weiterhin so rasant steigt, also ist es auch eine Frage des Verbrauchers bei uns. Bis dahin gilt es, nachhaltige Reformen des Palmölanbaus zu fordern, ohne den betroffenen Entwicklungs- und Schwellenländern die wirtschaftliche Grundlage zu berauben. Sein Vorteil ist derzeit sein hoher Ertrag auf relativ geringer Fläche, gemessen an Pflanzen wie Soja oder Raps, wenn man das vergleicht. Das Ausweichen auf jene beiden Pflanzenöle würde das Problem lediglich woanders hin, eben nach Brasilien oder nach Argentinien, verlagern. Zum Ende möchte ich drei Entwicklungen nennen, die Zeichen für ein Umdenken geben. Erstens, Investitionen in Forschung und Technik zur Gewinnung alternativer Öle ist notwendig. Zweitens, zunehmend die Anerkennung und die Verantwortung der Unternehmen mit einzufordern. Und drittens, Deutschland hat im Dezember 2015 mit den Niederlanden Dänemark, Großbritannien und Frankreich die Amsterdamer Deklaration unterzeichnet. Die Unterzeichner unterstützen politisch die Zielsetzung der Privatwirtschaft zu nachhaltigem Anbau. Das ist wichtig, das ist richtig und das bringt vernünftige Rahmenbedingungen. Meine Damen und Herren, also, wir sind auf einem guten Wege und wir sollten weiter voranschreiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Nima Mobasat, Fraktion Die Linke.